Hallo und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge Augesaugenblicke im Jahre 2020. Ja, es war jetzt lang nichts von mir zum Herren, ich gebe es zu. Die Motivation für diese Vlog-Geschichte hat mich etwas verlassen. Naja, ist menschlich, oder? In Jahren wie diesen 2020 ist das irgendwie alles zart. Nun gut, was gibt es Neues? Viele von euch haben die Servus-TV-Sendung Heimatsterne gesehen, wo wir dankenswerte Mitteln haben können, was wirklich ein Spaß war und einfach eine großartige Sache für den Ort war, für Ottensheim. Das ist cool. In weiterer Folge ist es so, dass ich derzeit schwerst am Arbeiten bin, um wirklich vielleicht im ersten oder zweiten Quartal 2020 ein Album auf die Beine zu stellen mit meinen Songs. Es wird sehr gemischt werden musikalisch, aber wie gesagt, es steckt noch sehr viel Arbeit drinnen und man wird es sehen. Ich werde euch dann am Lauf enthalten. Well, dann, es ist fast schon Weihnachten und ich wünsche euch einfach ein wunderschönes Fest, dass ihr beim Weihnachtsfest auch daran denkt, worum es überhaupt geht bei Weihnachten. Das wäre mir auch ein Anliegen. Mir persönlich ist es ein Anliegen. Und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem wünsche ich mir natürlich für mich, aber auch für euch, dass 2021 einfach wieder lockerer wird, dass man auf die Bühne kann, dass wir uns einfach bei Veranstaltungen treffen oder überhaupt wo treffen. Das wäre schon mal eine feine Sache. Alles klar. Gut, dann sage ich jetzt einmal Tschau und Tschüss zu euch. Und wie gesagt, alles Gute. Wir hören uns wahrscheinlich erst im Jahre 2021 wieder. Außer mich überkommt Motivation in den Ferien. Also dann, Tschau. Tschüss. Der Weg ist nur weit und die war bereit.